neuen stream ähm genau, heute mal mit was klein anderem wie man vielleicht im titel schon erkennen kann beziehungsweise in dem spiel was ich angegangen habe diesmal Rook Legacy auch ein Rook-like mal von dem wollte ich sogar gar nicht mal nur von dem ausgeht was dazu wie gleich gesagt wird es ist ein Action-RPG Jump in Run, Rook-like, Indie-Game, Adventure naja RPG aber es ist auf jeden Fall ein Jump in Run gehört in Richtung Rook-like auf jeden Fall weil man immer mehrere Runs durchlaufen muss ich werde das mal starten, ich hoffe es ist nicht zu laut dann einmal schnell die Szene wechseln ähm da ist das Spiel von der Größe perfekt ich hoffe von der Loadstärke auch einigermaßen in Ordnung ich würde nur kurz gucken ich würde nur kurz gucken my duties are to my family for I'm loyal only to myself wir sind der Retter wir können springen derzeit noch nicht viel mehr andere Sachen wir können in jeder Richtung flagen ich glaube ich muss das noch einen Ticken leiser stellen tatsächlich so hoffentlich ist das dann einigermaßen in Ordnung war gar nicht so einfach das alles direkt so anzupassen genau unsere Aufgabe das ist jetzt sozusagen das Intro und gleichzeitig ähm das Tutorial wobei ich doch ganz kurz mal ähm das so und kann ich seit kurzem vielleicht noch mal Englisch äh Deutsch man nicht German oh nice wusste ich gar nicht dass das jetzt schon früher gab es das nicht soweit ich das noch in Erinnerung habe yo es handelt sich wie schon gesagt Rook like Jump and Run wir müssen uns durch Ebenen kämpfen Gold sammeln Bosse erledigen ähm und schalten halt immer nach und nach ein paar Sachen frei natürlich gibt es auch Gegner wie man gerade gesehen hat bei uns wäre der Satz wir müssen uns irgendwo durchkämpfen irgendwie bescheuert das Bild gerade seinen Mund bewegt habe ich mir das nur eingebildet hier habe ich mir das auch nur eingebildet genau es gibt unterschiedliche Mechanics wie zum Beispiel hier mit den Plattformen die man aufschlagen muss indem man nach unten haut legt und am besten immer alles kaputt hauen nämlich da kriegt man gut Gold drücke X um anzugreifen ja Rook Legacy das äh war jetzt vielleicht nicht die schlauste Art unseren König zu töten und ich weiß gar nicht was Rook Legacy eigentlich auf Deutsch heißt im Endeffekt gucken was heißt denn Rook das ist nicht einfach Schurken Schurken ja man versucht einfach äh keine Ahnung ich weiß ich muss ganz ehrlich sagen mir fällt gerade gar nicht so richtig das das perfekte äh perfekte Übersetzung zu dem Titel ein die Schurken Legende so ähm der Lied der Ritter Level 0 ähm ich mach mal einfach den Slots 2 weil ich mir jetzt gerade unsicher äh ja ja komm komm ok dann ähm ähm äh so Katscha was lie beginne dein Vermächtnis ähm so wir sind derzeit so machen ein bisschen Damage Level 2 ähm haben eine Fähigkeit auf äh was ist das eigentlich ich vergesse immer die auf der Xbox wie die genauen Bezeichnungen sind auf der roten Taste da verbrauchen WMP auf jeden Fall haben wir immer eine Fähigkeit die wir einsetzen können und ja gehen jetzt das erste Mal ins Schloss das wird immer random generiert und ja das ist ein Teleporter ähm die können wir die finden wir immer auf der Map und können dadurch ein bisschen die Sachen abkürzen ich weiß gerade gar nicht genau wie das das was nochmal genau war ähm ähm da werden wir auf jeden Fall hier die Karte wir haben hier ein Buch Tagebucheintrag Nummer 1 verrat ein Attentiter hat mein Vater den König verwundet um die Ordnung im Königreich wieder herzustellen hat er mich und meine Geschwister auf eine Mission geschickt um ihn zu retten zusammen werden wir uns in den verfluchten Wald begeben und Schloss Hemsen betreten in Urzeiten steht dieses verfluchte Schloss am Rand des Waldes aber grüchten zur Folge soll ich darin ein Gegenstand befinden der alle Krankheiten heilen kann heute nach verschaffe ich mir einen Vorsprung während meine Brüder und Schwester noch schlafen werde ich mich bereits auf den Weg machen es wäre eine Schande für meinen Namen bei dieser Mission zu versagen ja irgendwie Endeffekt wir versuchen den König zu rechnen aber wir sind doch mitunter daran schuld dass der so viel Damage bekommen hat aber das ist das Kleingedruckte was nicht jeder wissen muss au das so sieht dann halt in der verschiedenen Räume die wir durchlaufen müssen für unterschiedliche Gegner wo ich gerade mal ein bisschen gucken muss ich kann mich nicht ducken das dachte ich das wusste ich nicht muss ein bisschen mit der Steuerung gerade erst mal klar kommen wir haben hier ein paar Gegner kann ich blocken kann ich blocken das was springen blocken wäre auch eine Fähigkeit die man irgendwie bekommen könnte aber die haben wir noch nicht Mana wieder hergestellt okay wir haben hier die und übrigens auch eine Legende es gibt es gibt Bossraum es gibt Bossraum Thronen Teleporter Bonusräume Fähenthronen ich habe nicht mehr ganz so viele Erinnerungen muss ich ganz ehrlich gerade zugeben merkt man vielleicht oh Gott ja wie soll ich denn in dem Raum überleben keine Chance keine Chance wurde vom Flammenhöhungsack getötet du hättest das andere Kind auswählen sollen war meine letzten Worte genau wenn wir sterben werden wir in der Galerie aufgenommen und wird nochmal gezeigt welche Gegner wir erledigt haben mit A können wir weiter drücken und dann kommen wir wieder ins Menü und drücken jetzt auf wähle dann nächstes Erbe jetzt haben wir genau das war das war der erste Ritter der ja naja jemanden getötet hat das war den den wir gerade gespielt haben und jetzt haben wir eine Auswahl zwischen drei weiteren Rittern einmal zwischen Lelyona einmal zwischen Sir Gauda und Sir Glauber die Sache ist jetzt wir hatten hier einen entschlossenen Ritter das ist ganz normal jetzt haben wir doch so ein bisschen ähm verschiedene ähm ja Charaktere haben verschiedene Merkmale Klassen und Fähigkeiten das ist zum Beispiel ein Schurke ähm man sieht da steht auch hat äh geringe Werte aber kann Krippen ähm du bist so ähm Endomorph ich bin so schwer dass Feinde dich nicht zurückwerfen können also ich habe äh widerstehe Knockback Glaucom es ist dunkel äh ähm eine Augenkrankheit glaube ich Glaucom ist glaube ich irgendwie eine Augenkrankheit und B meine Fähigkeit ist dass ich mich teleportieren kann der Glauber ist ein Ritter der hat die gleiche Fähigkeit wie äh ich vorher mit Durchwerfen wie noch da ich bin Kassarita der Standardheld ich bin ziemlich gut in allem ähm der ich bin Merkmale der Auserwählte den Göffel gibt es nicht ich weiß nicht genau was das heißt Ektomorph ähm du bist so dünn dass dich jeder Treffer zurückwirft also im Gegensatz hier zu Endomorph bin ich bei Ektomorph ähm habe ich einen mega knockback dann haben wir noch Lady Leona die ist auch eine Standardheldin Ritter also ähm Elektrosensibilität ich leite sehr gut Strom das weiß ich noch nicht genau was damit gemeint ist ich bin sehr flexibel ich werde mal einfach mal Lady Leona nehmen auch wenn das immer ein bisschen komisch ist die Ritter hier mit einer Schleife aber dann machen wir den genau wir haben ja Gold eingesammelt da kann man immer weiter seine Burgen ein bisschen ausbauen oder hier so seine Fähigkeiten am Anfang fängt man einfach mit einer Schmiede an ähm da kann man seine Waffen verstärken mit denen man anfangen möchte ähm es gibt man kann Blaupausen finden und die kann man halt dann mit gewissen Items oder auch Gold freischalten und dann benutzen genau wir haben jetzt nochmal 50 Gold und können aber damit gerade nichts machen damit würde ich eigentlich mein Kind mit Leben hochpushen aber derzeit ist das nicht möglich wir reden einmal kurz mit dem Schmied willkommen Heldin vielleicht kannst du mir helfen eins war ich der beste Schmiede in allen landen aber eines Tages haben die Monster dieses Schloss meine dieses Schloss ist meine Schmiede angriffen einmal eine Blaupausen gestimmt ohne diese Baupläne kann ich nur Besteck und Kleinkram herstellen bitte dringen wir alle Blaupausen die du finden kannst dann schmiede ich dir die beste Rüstung überhaupt bei einem gewissen Preis das natürlich hier sind dann zum Beispiel die ganzen jetzt gerade hat man nur eine Sache freigeschaltet dann den Rest schreibt man blaupausen frei da sieht man was für Werte das Schwert hat beziehungsweise ja das würde mein derzeitiges Schwert würde plus sieben Damage also ne Moment wenn ich das knappe Schwert erstellen würde würde es sieben mehr Damage machen aber ich habe auch ein gewisses Gewicht was ich tragen kann deswegen muss ich da mal ein bisschen aufpassen dass ich nicht ich glaube ich kann immer eine ganze Rüstung einmal so genau tragen habe ich ungefähr genug aber manche Rüstungsteile sind auch schwerer und vor allem welche die auch gute Eigenschaften haben genau da muss ich so ein bisschen hin und her gucken ja was ich wie benutze hier ist Charon ihr müsst den Tribut zahlen genau um das wieder Schluss zu betreten muss ich einmal in Gold werde ich los ich kann es aber auch nicht ausgeben das ist gerade so kleiner ja wie soll ich sagen ja keines minus genau wir sind sie die leitet gut strom ich weiß nicht genau was das bedeutet so mal ein bisschen gucke so mal sehe ich hier wieder neue Ebene sozusagen da komm ich hoch die Ebenen sehen nach jedem Tod immer anders aus soweit ich mich erinnern kann aber es gibt immer bestimmte Bereiche es gibt den Schlossbereich es gibt glaube ich noch den Waldbereich auch ganz verschiedene und dann kann sich dann halt konnte man auf die Karte gucken es gibt auch Geheimräume wie ich schon erwähnt hatte ich muss erst mal dringend wieder in das Spiel reinkommen wo ich hier auch irgendwas machen kann ich muss mich immer wieder richtig gewöhnen an die ganze Steuerung schön das ganze Gold mitnehmen das ist eine Jukebox da können wir rein theoretisch immer wieder die Musik ändern das ist aber so viel bringt vielleicht ein bisschen eine andere Stimmung aber man muss immer so ein bisschen an den Rändern gucken hier könnten überall mal Geheimräume sein oder Abkürzungen so ein typisches Fuglike halt wir sind eigentlich schon so gut wie tot am Anfang stirbt man halt sehr häufig außer man stellt sich einigermaßen gut an aber ich glaube der Zuge ist schon abgefahren oh Gott oh Gott das war knapp es gibt noch gewisse Skills die man freischalten kann aber die muss man halt auch freischalten dazu kommen wir erst viel viel später das ist eine Kiste da könnte tatsächlich was Gutes drin sein ohne Menge Gold wir haben schon 380 ich vergesse immer wieder wie ich nach unten komme Buglike ist halt auch ein wirklich altes Spiel schon vor ein paar Jahren rausgekommen und das ist wieder ein Teleporter hier ich weiß gar nicht wo der mich der random teleportiert mich ja tatsächlich soll ich vielleicht doch nicht zu häufig einsetzen na egal filtert unter Bonusraum sollte jede Ebene angucken um das ganze Gold mitnehmen zu können und man muss sich damit abfinden dass man häufig sterben wird oh dass man unheilsbild man kann sich noch nicht ducken oder gar nicht ducken ich weiß es gar nicht in dem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen da war noch ein Weg nach rechts wenn man immer alles mitnehmen möchte muss man natürlich wirklich auf der achtsam sein das war gerade nicht so gut ich habe das Skelett getötet aber ich habe schon immerhin insgesamt schon mal ein bisschen mehr getötet als vorher so ich kann jetzt wieder meinen Erben wehen ich habe wieder zwischen drei Leuten sozusagen die Auswahl Lady Brune eine Heldin als eine Schurkin Hormonüberschuss du bist wie voller Anabolika achso ich habe meine Angriffe ein gutes Knockback aber ich habe Demenz und ich schieße Schakramme ab die ein bisschen nach vorne gehen dann wieder zurück fliegen der Barbar glaube ich eher so der Tank ich habe ein fotografisches Gedächtnis ich weiß nicht genau was das aussagt wirft eine und ich kann Äxte werfen vor mich her also eine Schurkin eine riskante Heldin ja Schurkin halt äh wieder kann wieder kratten äh meine Zauber können glaube ich auch mal ab und zu irgendwie misslingen und ich habe Alektorophobie Hühner machen die Angst ich schieße und ich schieße Dolche also ich weiß nicht genau was das alles äh äh um zu das muss um ehrlich zu sein was das alles äh macht aber ich nehme glaube ich tatsächlich sie hier mal mit oder sie nehmen wir doch den Barbaren Stör Shane so dann können wir jetzt hier auch mal ähm überlege gerade ob ich mein Leben verbessern soll um 2 verbessere ich mein Leben jetzt kann ich natürlich auch jetzt kann ich auch meine Ritter verbessern dass meine Ritter zum Paladin werden ähm mache ich mal noch nicht genau ich gehe zum Schmied und lasse mir einfach mal ein besseres Wert basteln mit wenn er eh ist ist es ausgerüstet genau und mache jetzt mehr Damage ich werde so ein bisschen kürzer habe ich das Gefühl aber ich mache jetzt wohl mehr Damage denke ich oder habe ich das jetzt richtig ausgerüstet ja 40 Gold oder Münzen kann man völlig gerne ausgeben um hier wieder rein zu kommen das Schloss wird neu generiert und wir kämpfen uns wieder versuchen uns wieder durchzukämpfen ein bisschen mehr Leben haben wir jetzt wir das Leben insgesamt ähm ist auch von Klasse zu Klasse auch ein bisschen unterschiedlich also das variiert weil sonst würden die Klassen ja insgesamt auch nicht so viel Sinn machen wenn das nicht der Fall wäre oder das Leben ist das mal liegen die Kiste mit sehr viel Gold das ist immer gut ansonsten ist es hier nicht viel mehr diese Dinger kann man hier nicht kaputt machen diese Kugel und meine Attacke ist jetzt einfach so eine Axt nach vorne werfen die macht dann halt Damage wenn sie jemanden erwischt so ihr werft auch gleich eure Knochen schon wieder oha auch hier kann ich wieder sagen ich hatte mal tatsächlich sämtliche ähm also bin glaube ich ich habe das Spiel nie durchgespielt muss ich zugeben ähm ähnlich wie Binding of Isaac bis zu einem gewissen Punkt habe ich das gespielt ähm aber irgendwann kannte man halt ne Menge ähm ja oder kannte man halt die meisten Bewegungsmuster von den Gegnern aber das wird glaube ich noch dauern bis ich das hier wieder drauf habe einigermaßen ähm wir sind hier dann wieder zurück hier wäre zum Beispiel ein Durchgang wo man durch könnte wenn man kleiner wäre da haben da gibt es natürlich äh muss man ein bisschen mal gucken was für einen Charakter man gerade hat also es gibt auch Charaktere die kleiner sind die kommen halt dann durchdurchse Abkürzungen sind dann aber wahrscheinlich insgesamt ein bisschen schwächer oder leiden dann irgendwas anderen oder ja muss man ein bisschen gucken was für Charakterzüge so wo sein Charakter dann halt hat gibt immer die Vor- und Nachteile ich weiß gerade gar nicht was meiner eigentlich hier ähm ich weiß dass ich viel aushalte ich denke mal dass ich vielleicht einen höheren Rüstungswert oder sowas habe sonst weiß ich gerade gar nicht was der noch so drauf hat okay da unten sind kommen Stachel raus wenn ich da rüber laufe oh war ganz schön doof so na ich dachte die nicht äh feuern lassen die oder muss ein bisschen weiter von den blauen entfernt sein wenn die ihre Splitter da kaputt machen so schwer ist das Angriffsmuster auch nicht das sich merken ah hier werden haben können wir noch ein bisschen leben nice ah verdammt ich dachte ich krieg ihn down aber ich krieg hier wieder ein bisschen oh Gott ähm so getroffen weg wow das war knapp ne blaue Pause Ritterschwert neues Schwert das ist nice aber wir sind doch so gut wie tot machen wir uns nichts vor es gibt doch irgendeinen Ritter oder ähm wenn man ähm den Ritter glaube ich ausbaut zum Paladin oder so oder so kann man könnte man mit dem sogar blocken sowas sollte man natürlich auch nicht unterschätzen ähm wenn man seine den Skillbomb sozusagen weiter ausbaut baut man halt auch die Klassen weiter aus die werden von mal zu mal stärker weil sonst würde man auch nicht so viel Unterschied sehen zu den ganzen Klassen sollte man überlegen warum sollte ich überhaupt eine andere Klasse spielen wenn die wenn da nicht so groß ja wenn da nicht so eine große Fliefalt drin ist leider hier ist ja nichts zum ähm heilen drin was sagt mir das der Tagebuch Eintrag Nummer 2 obwohl ich der Erstgeborene bin so bin ich doch nicht meines Vaters Liebling ich wusste schon immer dass er mir nichts hinterlassen würde aber wenn ich das Heilmittel finde wird sich alles ändern der Preis des Siegers ist nichts geringes als der Thron selbst nach meinem Aufstieg werden meine Frau und meine Kinder wieder in die königlichen Gemächer ziehen zurück in die königliche Stadt in der wir wieder mit dem Respekt verhandelt werden der uns gebührt nie wieder werden wir den Klatsch und die kleinlichen Beleidigungen meiner Cousins ertragen müssen die anderen Herzöge sollen sich verneigen wenn wir vorbeigehen aber eins nach dem anderen ich muss meine Ziel Klarheitsauge fassen das Schloss erobern das Heilmittel finden meine Belohnungen erhalten joa ich will mal ganz kurz gucken kann ich nochmal gucken was mein was mein Typ so kann achso Fotografisches Gedächtnis merke die Gegnerposition ah hier wird das nochmal erklärt ich kann mir ich weiß immer wo Gegner sind gut ne aber wir sind trotzdem halb tot Aufgabe für Feentun nimm keinen Schaden achso Feentun sind immer so eine Bonus Ziele ähm überlegt gerade aber kommt hier rein theoretisch rüber aber nicht so einfach oh Gott das habe ich gemacht ähm sehr gut ich war eh halb tot aber er hätte ohne Damage noch rüberkommen können aber dazu dann zu dem mal wenn wir da irgendwann sind wir machen die Angst Standard hält ein Ritter äh eine Magierin äh jeder jede Tötung gibt mir gewährt mir Mana du kannst dich in 3D sehen wow was machst du ich mach mal den Ritter ich bin aber ich hab Zwergenwuchs also ich kann ich werde niemals Achterbahn fahren können so da hatten wir hier schon mal den Ritter ähm jetzt ist so ein Paladin das können wir auch blocken mit der oberen Taste mit der Y-Taste ähm ich wollte meine Tragfähigkeit erhöhen ich werde mal nochmal ein Leben ein bisschen erhöhen meinetwegen auch nochmal ein das ist noch Mana was für ein Schild äh was für ein Schwert hab ich bekommen das Schwert das würde mir sogar 4 mehr Damage ne würde ich damit machen aber muss erst mal ja das Gold sammeln man sieht ich bin relativ klein aber ich kann jetzt mit Y-Blocken als Paladin bleibe dann aber auch stehen davon auch nicht unterschätzen wenn man blocken möchte ich muss meine Haare mal ganz kurz wieder ich muss dringend zum Versuch so aber gut guckt wie immer was ich jetzt erwarte wir sind natürlich ähm Standardklasse kleine Flink oh das ist sogar wir suchen äh Akeden ähm muss man ein bisschen schnell hier durch so sehr schön ähm ich kann nur mal kurz gucken Bergen Bergen Wuchs ich bin winzig Elektrophobie ich habe Angst vor Hühnern ich weiß nicht genau was das für ein ähm ahja und da steht 100% Grundwerte aber ich weiß nicht genau was die dass die Elektrophobie was das genau ausmacht also die Wirkung hat aber werde ich vielleicht noch früh genug erfahren mhm den oha da kein damage zu bekommen relativ lucky wenn auch eigentlich mal ein Schild einsetzt und ich versuche es vernünftig anzusetzen äh bin ich jetzt noch nicht wirklich dazu bekommen so dann einfach das Ding mit dem mit meinem mit meiner Fähigkeit töten da muss natürlich schon wieder sehr sehr wenig geben das ist gerade auch nicht besser gemacht Aufgabe nimm kein Schaden das kann ich in derzeitigen Zustand nicht hinbekommen also brauche ich Fähigkeiten die muss ich auch erst finden die wir sie freischalten oh hier sieht man zum Beispiel hier unten werden wir keine Abkürzung die kann ich jetzt nehmen weil ich so klein bin das ist natürlich ein bisschen praktischer an gewisse Stellen anzukommen ich verstehe die 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 Lebensregeneration die ich hätte ähm das sind ja Hütchen äh Dinger ähm Kühlschenschenkel die sind gerade von mir weggelaufen oder auf mich zugelaufen eines von beiden wahrscheinlich alles weil ich ja weil das alles zusammenhängt macht ihr nochmal wirst du um Hilfe beten joa wegen des Helios ich weiß gerade nicht was das mir bringt ähm geht das hier irgendwo ja äh nö und nicht ähm hier runter ja war eine super Idee aber hier sind noch mal gute Kisten laupause knappenbrustplatte oh für mehr Rüstung immer gut wir haben hier eine Menge Gold nimm keinen Schaden weißt du ehrlich gesagt nicht was mich da ist erwartet ich werde auch gleich wieder tot muss ich mal überlegen nochmal da wäre jetzt ein Bossraum aber mit zwei Leben werde ich die nicht überleben muss ich kriege es nochmal irgendwo Leben her äh Voyager ich glaube ich kann weggeworfen werden so es ist so dunkel ich nehme mal den schurken mal gucken was so ein glaukum so anrichten kann jetzt ich werde mal einmal rüstung freischalten ach so kann jetzt ein architekt ich glaube den kann ich bezahlen dann ändert sich die raumaufteilung nicht wenn ich sterbe hat ihn zwar frei und halt so ganz zu ihrem magischen rum okay das ist die zauberin einmal genau genau ich muss runen finden dann kann ich talente bei ihr kaufen weißt du die verworgenen talente magier und fallen sie in eine mächtige erz magier ach so und die magierin einerseits talente kann sie freischalten andererseits hilft sie einem auch dass ich mehr damage mache mit zaubern wenn es aber erst einmal zu ihm hier gehen wird mir knappen herstellen ich das auch noch erstellen das habe ich nichts was kannst du hallo helden ich brauche dann hilfe als welche mächtige zauberin hat es die monster dieses schlosses sie meine träume eingebrochen eingedrungen haben ein bisschen gestoßen wir haben das wissen in ruhen eingeschlossen ohne diese ruhen bin ich in versage in meinem job ja ich soll die runen finden und dir helfen und die runen kann man immer auf einzelne teile aufhauen ich könnte jetzt sprinten das heißt je nachdem welchen der rt knöpfe ich benutze kann ich so einen kleinen dash machen nur ich muss natürlich jetzt immer im kopf haben ich kann immer nur in die richtung deschen die ich auch drücke heißt wenn ich den linken welche linken rt knopf benutze es steht nach links und wenn ich den rechten benutze nach rechts das kann zu verwirrungen mal stress führen und wenn ich läsche kann ich danach nicht nur springen das darf ich auch nicht vergessen aber so ein dash ist auf jeden fall gut und wir sehen wir haben das glaubt um heißt das glaube ich oder mal kurz gucken genau erst mal haben wir krits wenn wir schon krits dann aber geringe lebenspunkte und mp und stärke und glaucom es ist dunkel ja wir sehen halt ein bisschen dunkler ich glaube hier ist immer ein neuer tagebuch ah ne tagebuch einträge gesammelt ich bin gleich schon wieder tot mit gewissen gegnern komme ich gerade echt nicht klar was kriege ich denn für ekelhafte ebenen hier schon das ist der anfang des spiels da soll ich doch vielleicht noch mal ein bisschen hättest bekommen und ich gleich hier so 1000 dieser geister ins gesicht gedrückt was ich habe geschlagen okay egal nehmen wir jemand anders die sind alles magier leona die zweite magst die damen homosexuell macht mir ja nichts aus glaube ich 90 kann ich glaube ich nix freischalten tatsächlich nicht deswegen geht es auch nicht direkt weiter und nicht vergessen ich kann daschen so das war das war die fähigkeit ich habe gerade überlegt was für eine fähigkeit ich mir mal genau habe kugeln die sich im ganzen raum so verteilen kann ich da natürlich als magier relativ häufig einsetzen wollen wenn ich immer mal zurückbekomme wenn ich irgendwas töte die halten relativ lange sehe ich lasse ich einfach ganz simpel töten bitte und wenn man hier die talente sich anguckt merkt man vielleicht auch langsam wie man eventuell manche feentruhen die wir schon gesehen haben rankommt da gibt es ein paar von und mit den ganzen dashes die man irgendwann bekommt was ist mir ganz gut unterwegs ok ich brauche eindeutig was ich nehme jetzt den barbaren den ungeschickten den tollpatschigen euer sense egal hauptsache ich kann gut was wegstecken wie es da steht 130 glaube ich dafür kann ich nichts aber da ist eine runde dabei die ich ja nicht gerne hätte dass ich noch ein doppel also nochmals sprung weil ich hätte in der luft so was kann was hat der noch mal für probleme ich kann bei zauber gehen auskommen aus meinem rücken ach so ja sollte ich vielleicht nicht wenn ich so tollpatschig bin nicht unbedingt einsetzen wird aber nehme ich das jetzt schon ach so ich wollte mal gucken was hat denn der barbar überhaupt massenhaft lp ach so massenhaft lp aber der rest ist relativ niedrig hier war da noch ein geist oder nicht dadurch dass ich komme direkt hoch na gut dass ich das spenden habe wie es hier heißt wenn ich wahrscheinlich auch größere probleme ich muss manchmal aufpassen zwischen den zwischen mehreren zwischen den attacken dass ich mich noch häufig treffen zu häufig ich weiß ob das dann wo das genau dran liegt aber unnötiger damage die ich bekomme ich bin ja auch ein bisschen zu hastig unterwegs aber ich spiele gerade so als ob ich irgendwie all ich hätte gehen wir nach oben hier gibt es immer schön gold kiste mit noch mehr gold 820 ist nice auf jeden fall hier seid das da oben ist wieder so eine feentruhe ich dachte ich komme dadurch mit den däches da oben wäre eine ganz geile getur wahrscheinlich gewesen okay barbaren der glatze steht jedem gut ich bin verrückt ich nehme mal den weil die eine ganz coole magie hat lieber einsetzt das die was ist das was ich jetzt habe muss ich dazu geben nochmals zurück brauche ich nämlich von dir noch die rune haben hier schalte ich meinetwegen das nächste schwert frei 90 kann ich glaube derzeit auch gar nicht viel mehr machen jetzt hast du noch die rune drauf wo heißt ich kann jetzt genau ich habe es nachdem ich muss immer einfach ein double jump und kann man stapeln ich könnte theoretisch auf jedes einzelne rüstungsteil die gleiche ruhe glaube ich darauf hauen ich mehrere sprünge zum beispiel oder mehrere däches dadurch ob das nur was bringt je nachdem wahrscheinlich wie man so eine spielreise so ist was nun fordern also mehr sind oder weniger sind so was kann der doch mal du siehst dinge die ich da sehe du hast eine glatze ich sehe dinge die nicht da sind lady stark bin ich so was ist hier drin wieder eine menge gold ich erledige ich so habe zwar kein mana mehr da muss ich das glückste die gegner auf die art und weise zu erledigen oh Ach komm, der kann mich doch noch gar nicht treffen. Na egal. Mana wiederherstellen. Lol, was ist das denn? Ach, war das das, was ich sehe, aber eigentlich nicht da ist. So ein komischer Schleim. Den habe ich echt noch nie gesehen. Kann noch ein Gegner aus einer anderen Ebene sein. Ich weiß natürlich jetzt nicht so aufhandlich. Oh, einigermaßen Gold ist wieder am Start. So, wir gehen einfach da unten. Hier kriege ich wieder ein Segen. Echalypsus Kompass. Ich weiß nicht, was der macht. Ob der mir jetzt anzeigt, in welche Richtung der Boss liegt. Wäre auf jeden Fall eigentlich sehr hilfreich. Aber warum sollte mir das Spiel so was Gutes tun? Hä? Ach so. Was ist die Demenz? Oder was? Was hatte ich nochmal? Doch, Demenz. Diese Rakete ist gar nicht da. Diese Kanone. Stell sie mir sozusagen nur vor. Das ist ja auch stressig. So, was haben wir hier? Ach so. Nochmal einmal fast voll heilen. Gut, hier ist dann ein Teleporter drin. Ein bisschen Leben. Auch hier ist eine andere Ebene. Die wollen wir noch nicht. Hier wird es dann wirklich ein bisschen, hier werden die Gegner auch ein bisschen stärker. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Reihenfolge man vernünftig gehen sollte. Was, also... Ja. Wow. Was habe ich hier nicht für ein Timing? Äh, ich meine, ich weiß gar nicht, in welche der Ebenen man als nächstes gehen sollte. Ich glaube da mal so eine Reihenfolge, die ganz in Ordnung ist. Dann werde ich irgendwo mal eine Erfahrung mitmachen müssen. Ah, interessant. Der Kompass zeigt immer noch weiter nach unten. Heißt doch eigentlich, dass der Boss kann... Aber der Boss kann nicht noch weiter unten sein. Eigentlich. Ach so, hier geht es nach oben. Oh, eine versteckte Rune. Eilruhende Brustplatte. Da habe ich jetzt noch so ganz leicht glitzern gesehen. Das ist natürlich nice. Hier oben ist wieder ein bisschen Gold. So langsam spiele ich mich ein. Komm auch mit den ganzen... Fähigkeiten ein bisschen klarer als sonst. Sage ich schon, kriege ich dann wieder auf die Fresse. Das ist immer, das ist so typisch. Ich hätte es auch lassen können. Hätte es auch gar nicht sagen müssen. Ähm, was ist das hier? Kann nicht so schlecht sein. Manchmal. So, hier ist auch wieder richtig schön viel Gold. Langsam habe ich den Dreh raus. Und ich habe jetzt schon 1620 Gold. Das ist eine Menge. So, hier ist wieder so ein Übergang. Das zeigt die meistens... Hä? Hä? Wieso denn? Ach nee. Ach so. Ich könnte mich jetzt irgendwo hin teleportieren. Ähm. Ich glaube, hier oben ist auch wieder eine andere Ebene. 35. Ja, da sollte ich vielleicht noch nicht hin mit Level 10. Oder erst später. Sonst wehtun. Dann gehe ich doch weiter. Dann... Da wollte ich mir mal ganz kurz was geguckt. Hier nach links. Oh, hier ist auch ein Teleporter. Ich glaube, da random teleportiert dann doch. Äh. Du scheiße. Das ist nicht gut. Hier wollte ich gar nicht... Hier wollte ich so gar nicht sein. Okay, ich muss jetzt schnell durch. Oh, hier ist der Boss. Von der anderen Ebene. Ohne Blaupause. Ritter Schienen. Nice. Heißt, aber ich kann mich von hier weg teleportieren. Indem ich... Gehe ich denn da... Dahin. Und ab jetzt teleportiere ich mich nicht mehr auf random. Das... Ich hatte die Befürchtung, dass das passiert. Aber immer noch irgendwie gehofft, dass das nicht passiert, was passiert ist. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier nicht alles getötet. Was mache ich denn? Ich habe genau in ein Bild reingesprungen. Schade. Aber wir sind doch ein bisschen weitergekommen. Wesentlich mehr getötet als vorher. Also mit den Barbaren komme ich ganz gut klar. Aber habe ich hier gerade... Ich habe... Ich... Der Kalb. Okay. Magier. Hat reizt da. Okay. Paladin. Ich nehme mal Paladin. Ich habe also weniger Leben. Extrokardie. Meine MP und LP-Anzeigen sind vertauscht. Ich habe also weniger Leben. Machen wir mal das. Ich nehme meine Magier ein bisschen stärker. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Entdeckte die Fähigkeit Minenarbeit. So vermehre das Vermögen deiner Familie. Besser im Geld verdienen, als ich finde, töten. Minenarbeit sind im besten etwas schuld. Achso. Okay. Das ist eine neue Klasse. Okay. Den Architekten nochmal freischalten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Etwas, was direkt die Angriffskraft erhöht. Ich fühle mich nicht so blöd. Und mit... Genau. Jetzt kann ich mit dem reden. Grüß, Junge. Ja, ja. Da könnte ich das Floss einfrieren. Und es würde sich halt nie was... Also nichts an der... Ähm... der Aufteilung ändern. Aber das muss es nicht unbedingt sein. Was kann ich nochmal? So, Anzeige MP und Leben ist vertauscht. Achso. Aber... Äh... Schöne Ebene. Ich kann mich blocken. Okay. Oha. Irgendwo haben wir ein größeres Auge, als wir vorher kennengelernt haben. Der kann nämlich dann auch mehr schießen. Scheinbar geht meine Mana-Leiste runter. Also... Oder anders. Ich habe meine Mana-Leiste als Lebensleiste bekommen. Heißt, ich habe viel weniger Leben. Oh Gott. Ähm... Euch schädig ist gar nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir unsicher, ob ich die bekämpfen soll. Oder ob ich einfach... Äh... Die... So lassen sollte, wie sie sind. Hätte sie so lassen sollen, wie sie waren. Äh... 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 Minenarbeiter. Äh... 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 Ich mach mal den Minenarbeiter, um zu gucken, wie der so drauf ist. Soll sehr schwach sein. Bin gespannt. Geiß ich. Es tut weh, auch. Äh... Ähm... Ähm... Mehr... Ich bekomme mehr Gold. Aber ich hab... Ja, so gut wie gar nichts an Leben. Ähm... Und alles so. Das könnte nervig werden. Gucken wir mal. Ach so, und alles was ich zerstöre, davon kriege ich Mana. Ähm... Das ist natürlich auch nice. Kann ich die natürlich auch einmal mit... Äh... Äh... Mit meinen... Messern bekämpfen. Und ich furze zwischendurch mal. Das ist mit Reizdarm gemeint. Ich verstehe. Ich verstehe. ja gott du hältst ja gar nichts aus ich nehme meine wieder zu meis ich kann jetzt wahrscheinlich nichts beischalten ein bisschen schwerer jetzt aber das ist ganz in ordnung jetzt bekämpfen wir mal vernünftig mit 270 leben die ganzen gegner jetzt schon mehr gold dass ich gerade mit dem arbeiter gemacht habe muss aber auch neu reingepächt sein ich glaube hier hatte ich früher nicht dem bin ich mal nicht schlecht ausgewicht muss ich muss ich immer zugeben oh okay die dinger sind das ist manchmal einfach anstrengend als ich mir das noch vorstelle was bekomme ich hier Hyperion's Ring keine Ahnung was die Dinger machen beide Bilder sind real die ich nicht erwartet oh da ist da oben noch so eine Kugel so ich könnte jetzt noch ein bisschen Leben gebrauchen weg hier weg hier weg hier weg hier weg da hätte ich nicht kämpfen dürfen die waren nicht ansatzweise dafür bin ich nicht ansatzweise stark genug was haben wir hier noch mal ein bisschen Gold muss ich jetzt lieben dringend oh oh ja gut trotzdem Tod ach ist das die Fähigkeit von dem Ring gewesen dann kriege ich wieder Damage ah interessant ok gucken wir mal ob wir irgendwo ein Ort finden wo wir nicht gleich auf die Fresse kriegen also wir sofort auf die Fresse geben wollen eine Brustplatte könnte mich auch mal ein Boss versuchen mit so wenig Leben oh super hier würde ich nur dran kommen wenn ich ein bisschen größer wäre äh kleiner wäre aber noch größer aber hier kriege ich noch mal eben das Maja das Maja tatsächlich ähm gucken wir nochmal was der Boss so drauf hat ich weiß es nicht mehr die dir ist machbar ich will gerade die befürchten habe dass das irgendwie noch gleich brutaler wird genau ok fuck nein ich wieso ist es andersrum das ist ja ich hätte nach oben ausweichen müssen ich gehe nach unten aus aber gut irgendwann ist also demnächst könnte der sogar äh dran sein ich bin äh neben Baban du satt problem bin lesen lesen und ich bin äh der geborene Basketballspieler also ich bin groß und kann ich lesen ich gehe mal nochmal hier zu meinem Beat so jetzt habe ich aber auch genug Rüstung so dass ich nichts mehr auslassen könnte dann mache ich noch das genau ja ich bin einigermaßen zufrieden ja Bauerschloss aber das ist das ist noch richtig du betrittst der Schirrl was Hommen mit dem sollte ich jederzeit Karte ansehen das ist noch normal ich glaube mit dir sollte ich keine Tagebuchenträge lesen das ist ja okay das ist ja ich kann nicht der Charakter kann ich lesen was mache ich das 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 Doppelsprung ist einfach sehr wichtig in dieser kombination hier wie man sieht nimmt kein damage okay ich glaube ich als riese meine schwierigkeiten haben habe es nicht erfüllt es gibt noch keine zweite chance für solche fehlen tun ja ich gehabt ach ja die treffen mehrfach diese dinger die ich da werfe aber haben gar nicht so die reichweite ich habe dachte die werden anders programmiert habe ich mich vertan da oben ging es nicht mehr in lange den raum hatten wir schon mal letztes mal war ich aber kleiner tagebuch eintrag nummer drei jaja ja ich habe irgendwas gemacht dass wir die mussten wir vielleicht später noch mal durchlesen was haben wir hier blut umhang ein bisschen gold dazu jetzt hier oben nimmt keinen schaden klingt ja eigentlich gar nicht so schwer oh gott wird aber schwer auch ich denn dafür das hätte ich glaube ich mit einem sprung noch mal abfangen können aber da bin ich einfach gerade nicht drauf gekommen wie ich das vernünftig mache was zur hölle manchmal geben wir diese gegner aber schon auf den sack mein das ist deren aufgabe trotzdem da ist der boss ich habe das nicht mehr gesehen auf das ist hier noch mal leben das ist der aber der wald hauftloses pferd gegen euch könnte ich natürlich auch schon kämpfen durchhalten die gegner hier sehr viel mehr aus das war sie ich sollte versuchen die ebene normal fertig zu machen weiß es nicht genau mich schlecht entscheiden muss ich zugeben hier oben ist schon wieder eine andere ebene gehe ich von aus genau das meyer ihr was zu essen unter ne also mimik 35 können wir töten aber denk mal der kann uns auch locker töten denn das mit der die das mimik das habe ich fast vergessen viele wege option habe ich gar nicht noch mal ein bisschen zurück na ich muss den scheiß noch mal machen ich habe schon fast gedacht dass da irgendwas auf mich lauern wird war mir nicht mehr genau sicher was aber wir haben auf jeden fall wieder mal ganz gut gold noch ein bisschen leben hergestellt wieso funktionieren die die schläge manchmal nach unten so ach mach ich immer so ein lautes stampfen wenn ich irgendwo unterfalle mal schnell den die blutschwert nice schnell den den die blau pause mitgenommen ich doch weiß dass ich gleich auf die fresse kriege aber wenigstens noch ups wenigstens noch schnell hier ein bisschen was mitnehmen da habe ich glaube ich fast alles bin doch hier nach unten ja hier rechts ist auch noch ein geheimraum aber da komme ich nicht hin zu groß ok was haben wir hier noch ein tagebuch eintrag ja egal was da steht das müssen wir also mal also ich kann es wahrscheinlich man kann es wahrscheinlich sich denken bei die buchstaben im endeffekt wo vertauscht worden sind aber das habe ich mir jetzt auch nicht antun hier unten geht es wahrscheinlich in der ja genau level haben na ich will es gleich wissen gehen wir mal zum boss und versuchen wir noch mal es war ja er ist ja gar nicht so schwer ein bisschen konzentration fängt er vielleicht mit dem angriff an oh gott oh gott das waren keine guten angriffe das hätte ich besser zeigen können ich bin auch groß ja das ist echt ich nehme wieder den den barbaren ich bin ein fan von dem gewonnen kann mich einmal zum barbaren königin weiterentwickeln vor einem eine konoichi kurz sagen ein 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 nun eine ninja Ich weiß auch nicht, wie man den freischalten So, ein bisschen Leben Ein Gewicht, was ich Erhöhen könnte Also ich erhöhen könnte, sondern Was ich jetzt mir tragen kann So, was kann die? Koprolalie Keine Ahnung, ist ja nur am Fluchen Du siehst Dinge, die nicht da sind Demenz schon wieder Verbaren Schrei habe ich jetzt Lol Ich bin gespannt Bestimmte Abklingzeit oder irgendwas Ach es verbraucht's, Mana Okay Wusste ich nicht Fuck Da sie flucht, wenn sie damage bekommt Wow Der Angriff ging mal richtig in die Hose Aber rein von Von der Statur her Natürlich auch vom Damage allgemein Könnte man diesmal Ähm Gar nicht so Ähm Gar nicht so Schlecht aufgestellt sein Um Ähm Um gegen den Boss Ähm Um gegen den Boss nicht so blöd auszusehen Weil die Hitbox von uns ja einigermaßen in Ordnung ist Immer schön nach und nach erledigen Hier die Krise Okay, ganz ruhig. Diese Gespenster da, die die Eisdinger machen, die bringe mich nochmal zum Durchdrehen. Okay. Vor allem, wenn die hier so in einer Behindertenposition einfach nur sind. Meine Güte. Okay. Ich mache auch wieder einfach keinen Plus, das ist nicht gut. Ich muss auch häufiger den Dash und den Sprung einsetzen. Ich denke, es ist nicht auch immer wieder gerne. Ganz ruhig bleiben. Es ist kein Cuphead. Es ist auf ähnlichem Niveau, aber es ist kein Cuphead. Wow. Wo komme ich hier lang? Oder was bringt mir das, was ich hier entdecke? Hier gibt es wieder eine Menge Gold. Nehme ich gerne mit. Einmal leben. Da muss ich jetzt noch nicht hin. Aber ich sehe mal wieder, ich kann wieder... Okay. Okay, okay, okay. Ich habe es verstanden. Ich bin noch nicht stark genug, um gegen euch zu kämpfen. Das haben die mir wieder nett, wie das Spiel halt ist, mit hat es mich sehr nett darauf hingewiesen, dass ich noch nicht umsatzweise stark genug bin, also auf die Art und Weise zu kämpfen. Ja, einmal hier runter. Und Tagebuch eintrag. Nummer 5. Ich kann nicht mehr durch das Vordertor hinaus, aber das ist nicht wichtig. Ich habe nämlich der Sache verschrieben und werde keinen Druck hier machen. Ja, bla bla bla. Das sind einfach so einzelne Schriften. Ich habe keine Lust, die mir anzuhören durchzulissen, muss ich jetzt sagen. Kann ich mir zum Schluss vielleicht mal einmal gönnen? Vielleicht am besten so die Geschichte... Ich weiß gar nicht, ob das so viel zur Geschichte beiträgt. Also so viel Wicht, ob das so wichtig hier ist, um irgendwie hier die Hintergrundstory noch besser zu verstehen. Muss ich leider verstehen. Auch. Nein, er macht einen Double Dash. Ich hätte auch einen Dash einsetzen können. Ah, verdammt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Nämlich den Paladin. Du bist sehr talentiert mit ein paar Problemen. Okay. Was bedeutet das genau? Ähm. Machen wir mal das mal. Gehen wir mal ganz kurz weg. Zufällige Zaubersprüche. Okay. Das ist ja... Das ist ja was. Wir haben dann einmal das hier. Vampirismus ist auch nicht schlecht. Okay. Den kann ich jetzt noch nicht annehmen. Der würde auch insgesamt minus 30 leben. Das ist natürlich auch so eine Sache. Hm. Meine Magie würde hiermit höher gehen. 4 minus 30 leben. Schaden wird weniger. Der Vampirismus ist auf dem Schwert. Hm. Muss jetzt nicht unbedingt sein, glaube ich. Hm. 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 Dann bleiben wir dabei. Nur noch irgendwas witziges. Heilrunde. Die Laufgeschwindigkeit. Noch nichts. Ja, 260 ist natürlich schon ein bisschen bitter, aber egal. Das war noch mal meine... Ich bin winzig und ich mache zufällige... Weil ich hochbegabt bin, zufällige Zaubersprüche. Okay. Oh, 42 damage ist schon relativ gut. Äh. Okay. Das ist irgendwie Bilder von anderen Spielen von dem Macher. Okay. Okay. Das ist irgendwie Bilder von anderen Spielen von dem Macher. Ach so. Ähm. Mir wird immer angezeigt, welchen Zaubersprüche ich als nächstes machen würde. Aber es ist halt andauernd ein anderer. Wow. Und ich bin jetzt wirklich stark, dass ich was schon one shotte. Blutbrustplatte. Ich denke mal, die ganzen Blutdinge sind Vampirismus-Sachen. Oh Gott. Oh Gott. Und ich bin jetzt einfach so ein bisschen zu entscheiden, was man als erstes tötet. So viele Entscheidungen, die man treffen muss. Das war vielleicht nicht die schlauste Art, ob so ein Stachelding wieder nach unten zu... Äh. Nach unten springen zu wollen. und ich glaube ich bin langsam und stark genug um auch vielleicht mal die ebene irgendwann zu wechseln jetzt habe ich das gefühl war richtig stark hätte das auch einfach überspringen können heute einfach mal zeigen wie gut ich bin in diesem spiel jetzt könnte ich da oben lang was bringt mir das irgendwas besonderes ach so da könnte ich ein paar gegner überspringen knappen umhang vielleicht kann ich mit demnächst nur noch umhang schmieden besseren so ein bisschen gegen ein bisschen leben hätte ich auch nichts dagegen leute hier kriege ich wieder hilfe oh wieder den ring hyperions ring wenn ich mir nicht irre ist es der der einen wiederbelebt so was vom boss gar nicht so schlecht ist glaube ich hier ist auf jeden Fall noch eine menge geld 112 ja es gab hier noch ein bisschen heilung weiß also ich habe so gut wie keine reichweite mit dem mit dem char na ich werde wiederbelebt trotzdem tot ich habe einfach ungeduldigen finger das ist echt nicht schön alles in der nähe ist verschwommen das klingt nach einem spaß 1100 ich wollte nochmal nach dem wow umhang gucken jetzt sagen die meine magie nur erhöhen das ist auch so eine verwenden so was um ich möchte mich um 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 ok ich hab jetzt die schurken freigeschalten das ist schon meine schurken zum assassine gemacht das ist natürlich nice aber dass ich trotzdem hier so eine geile sicht habe ist natürlich was kann die noch nicht ich bin nur weitsichtig ist zum zuschauen natürlich perfekt barbarnkönigin ok mach ich mit damage an ihm halte ich mir aus wo war das ich bin nicht klein genug um daran zu kommen moment ich habe aber auch weniger ja genau ich habe weniger stärke und weniger mp so war das ist eine ekelhafte ansicht ist wie bei burning of isaac retrovision nur noch mal bisschen schlimmer bei retrovision hat man ja auch nicht immer bei burning of isaac hier hat man das einfach dauerhaft dass man weitsichtig ist mit mit dem schrei den bank kriege hat kann man auch die raketen ablenken im kein damage jo geschafft dafür gibt es eine gleichgewichts ohne fürs schwert keine ahnung was das genau macht aber jetzt dann herausfinden da kommt irgendwas zum heilen wäre auch ganz angenehm woher der kann feuerbälle auf mich danke was für eine stressige ebene oder stressiges schloss im endeffekt immer noch so gut wie gar kein gold problematisch land der dunkelheit lasse ich erstmal noch aus es ist noch mal das unter dunkelheit da man ja bei den gegnern sehen kann was für level die haben kann man auch so ein bisschen daraus schließen wo man als nächstes hingehen sollte wo man sich am besten noch von fernheld hatte ich dachte ich könnte sie tatsächlich für erledigen die guten geister da aber gut das soll es erst mal gewesen sein tatsächlich mit rooke legacy und meinem heutigen stream ja ich wollte damit einfach mal noch mal zeigen was andere games gibt auch rooke und ich würde auf jeden fall rooke legacy auch mal wieder zwischendurch streamen neben beinig of isaac auch mal eine gute abwechslung finde ich cuphead habe ich auch mal wieder bock drauf das kommt eher morgen dran auf jeden fall bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten stream wieder bis dahin ciao ciao